Hallo sehr und herzlich willkommen zur neuesten Folge Endlich Wochenende. Ja, wieder ist ein Monat rum. Meine Ferien neigen sich dem Ende entgegen und es geht auch langsam wieder in die Schule. Ich arbeite gerne, von daher freue ich mich auch irgendwie schon, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht auch die Ferien genießen würde. Ja, es wurde viel gespielt auch in dieser Zeit, aber auch einiges Neues kam an, anders als im letzten Monat, wo doch ein bisschen Flaute war, was aber gar nicht schlecht war. Da konnte ich ein bisschen aufholen mit den ganzen Sachen, die sich so angestaut haben. So, eine Ankündigung vorweg. Ich beabsichtige, wenn das so klappen sollte, dass ich wieder, oder was heißt wieder, endlich eine AG-Stunde kriegen sollte oder allgemein die Zeit haben werde, mit Schülern zu spielen, dann beabsichtige ich auch immer, wenn ich dieses Endlich-Wochenende-Format mache, so ein bisschen zu erzählen, was wir in der Schule gespielt haben. Aus dem einfachen Grund, ich kriege viele Nachrichten, vor allem Mails von anderen Lehrern oder anderweitig pädagogisch Beschäftigten oder manchmal auch Eltern, die halt fragen, ja, was kann man denn da spielen und finde es erstmal toll, dass ihr mich da fragt und mich nach meiner Meinung fragt. Das ist natürlich immer auch nur eine Meinung oder eine Einschätzung, eine persönliche Darlegung von mir. Aber ein bisschen Erfahrung habe ich halt damit schon und möchte euch da gerne auch weiterhelfen und jedem, der irgendwie Ideen sucht, Inspirationen, was auch immer, ja, dass der oder diejenige von euch dann das da ein bisschen abgleichen kann. Also das wäre dann so meine Absicht, dass ich am Anfang oder mittendrin, ich weiß noch nicht, wie ich das mache, aber dann ein bisschen drauf eingehe, was habe ich in der Schule gespielt und auch vielleicht so ein bisschen, wie fand es die Schüler, wenn ich da ein Feedback bekommen habe. Gut, legen wir los. Intrepid ist das erste Spiel, was ich hier vorstelle. Habe ich bei einer Sammelbestellung mitgemacht, lief alles ganz reibungslos ab, zumindest von Seiten der Sammelbestellung, bei der Spielentwicklung weiß ich nicht. Ein fetter Klopper, wir spielen auf einer Raumstation und dort, wie wir hier sehen, läuft einiges schief und wir müssen das in den Griff bekommen. Ich habe es aufgemacht, schönes Material, also ich bin gespannt, wie es sich am Ende spielt. Ein fetter Klopper, also ein richtig strammes Gewicht, wird, ich schätze mal so um die 5, 6 Kilo oder so, werden es schon sein. Oder knapp an die 5, vielleicht war es ein Paket, was knapp unter 5 war, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja, habe ich richtig Bock drauf, aber zur Zeit halt sind einige Sachen dabei. Ich habe diesen Monat fleißig Kickstarter-Spiele gespielt, aber es sind halt auch noch viele andere Sachen hier im Regal, die auch gespielt werden wollen, die entdeckt werden wollen, die wieder gespielt werden wollen. Genau, das heißt, ein bisschen wird es wahrscheinlich noch dauern, aber ihr werdet das Spiel definitiv bei mir mal auf dem Kanal sehen und dann werde ich euch sagen, wie es mir gefallen hat vom Material und von der ganzen optischen Darstellung. So gefällt es mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Schauen wir mal, ob es auch spielerisch was zu bieten hat. So, machen wir weiter mit etwas kleinerem, nämlich Top 10. Ja, Top 10, habe ich schon festgestellt, ist einer der schlechtesten Namen, den man für ein Brettspiel oder ein Kartenspiel nehmen kann. Ja, sucht mal irgendwie Top 10 das Spiel. Viel Spaß, ihr findet ganz viele Top 10 Listen von mir, wohl von mir jetzt erwähnt ihr, aber von meinen YouTube-Kollegen zu verschiedenen Spielen, die sie besonders schön finden und gut finden. Ja, das Spiel findet man dann eher nicht. Ja, es ist ein Spiel, hatte ich im Mai gelesen, dass es bei Asmodee erscheint, hatte dort angefragt, dass ich gerne ein Rezensionsexemplar dazu hätte und euch vorstellen würde. Und ja, jetzt kam es letzte Woche an, also hat ein bisschen gedauert, aber es ist gar nicht so schlimm, weil so wirklich die Möglichkeit, ein Partyspiel mit vier bis neun Spielern zu spielen, hatte ich bisher noch nicht. Ich beabsichtige, nächsten Monat mal meinen Geburtstag nachzufeiern, sechs Monate nach meinem richtigen Geburtstag und vor meinem nächsten Geburtstag. Passt das im September dann vielleicht mal ganz gut und solange es halt noch erlaubt ist und möglich ist, wollte ich das mal nutzen und dann wird dieses Spiel auch auf den Tisch kommen. Und ja, dann werde ich euch sagen, ob es ein schönes kooperatives Partyspiel ist. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Hier der scheiße Haufen oder Mist, wie es hier heißt und das Einhorn. Wie antwortest du? Klingt von Regeln auch ganz interessant, wo ich aber auch sagen muss, allein von den Regeln könnte ich nicht einschätzen, ob das funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Also das muss auf jeden Fall ausprobiert werden. Also Top Ten bei mir neu angekommen. Auch bei mir neu angekommen, aber in dem Fall selber gekauft ist Pandemie Hot Zone Europa. Genau, wer das noch nicht von euch kennt, es gibt seit letztem Jahr eine sogenannte Hot Zone Variante von Pandemie und ganz einfach ist das bei diesem Spiel so, dass wir eine kleinere Karte haben, in dem Fall halt Europa, in der ersten Variante Nordamerika mit weniger Viren, kürzere Spielzeit. Also hier schon mal eine Empfehlung für all diejenigen, die in der Schule spielen wollen. Das Ding spielt man wirklich in 45 bis 60 Minuten durch. Auch mit erklären, was beim normalen Pandemie, was auch kein Spiel ist, was so lange dauert, aber in einer 45 Minuten Stunde schafft man ein normales Pandemie nicht. Zumindest nicht, wenn man gewinnen will. Genau, das ist bei mir angekommen. Also ich beabsichtige eigentlich, die mir alle zu holen, sodass ich dann später einen schönen Fundus habe an Pandemie spielen, dass ich den mit in die Schule nehmen kann und das dann losgespielt werden kann. So, ein Kickstarter, der gestern ankam, also ganz frisch, ist Trench Club. Ja, Erster Weltkrieg, es ist kein kooperatives Spiel. Ich habe mitgemacht, bin ja nun mal Historiker und finde das Thema mal spannend. Ja, auch hier ganz schönes Gewicht. Ein Spiel, was in Deutschland, also von einem Deutschen entwickelt wurde, nämlich von Philipp Berger. Genau, soll hier auch ein deutscher Sprachsinn sein. Man sieht hier schon so ein bisschen, wie es im Summe aussieht. Viele Miniaturen mit dabei. Ja, und die Solo-Regeln gibt es zum Download. Ich bin gespannt, wie sich das Spiel dann spielt. Aber jetzt auch wieder, ja, gibt einige Sachen, die jetzt vorher erst mal auf den Tisch kommen. Aber es kam jetzt diese Woche an und wer es auch gebackt hat, sollte auch bald das Spiel erhalten. Ich habe jetzt hier beim Autofokus noch mal ein bisschen geguckt. Mal gucken, ob es jetzt besser wird. Also, Ancient Chronicles, Sword & Sorcery. Ja, die zweite ganz große Kampagne. Ich habe mir diesmal jetzt alles doch auf Englisch besorgt, die Kickstarter-Version. Also, und warte nicht auf die deutsche Lokalisierung. Das war mir immer ein zu großes Theater, das am Ende zu besorgen, da die Story eh hier nebensächlich ist. Also, ich nehme an, dass sich das auch bei der zweiten Kampagne nicht ändern wird. Habe gesagt, okay, da kann ich auch die englische Variante nehmen. Habe ich recht günstig, glaube ich, eigentlich fast für den Kickstarter-Preis von jemandem abgekauft. Genau. Und das sind jetzt einfach nur zwei repräsentative Boxen. Ich bilde euch hier mal ein Foto mit ein, wo ihr denn sehen könnt, was das alles an Content ist. Aber lasst euch da nicht irritieren. Also, die beiden unteren Boxen. Ganz unten ist die Stretch-Goal-Box. Da drüber ist das neue Hauptspiel. Da drüber dann das deutsche Spiel. Und die größeren Boxen, also diese eher quadratischen Boxen, das sind die deutschen Sachen aus der ersten Kampagne. Und, ähm, also die dürft ihr da nicht noch mit zuzählen. Und hier in den Regalen liegen dann überall auch noch so ein bisschen Miniaturen verteilt, weil ich diese Miniaturen-Packs mir auch besorgt hatte, ähm, für die erste Kampagne. Ja, einiges an Spiel, aber uns hat die erste Kampagne zumindest, ähm, die erste Hälfte, sagen wir, haben wir gespielt. Hat uns sehr gefallen. Und, äh, Becky von der Nische und auch andere sagen, es wird ja noch besser dann hinten raus. Und, äh, hier bei der zweiten Kampagne soll auch einiges noch mal angepackt worden sein. Ja, ähm, so dass ich mir gedacht habe, da kann ich auf jeden Fall einsteigen. Das hat uns gefallen. Deshalb, ähm, ja, muss ich mir da keine Sorgen machen. Ein anderes Spiel, was ich mir auch aufgrund einer Empfehlung gekauft habe, ist Dire Wild. Ähm, ja, das berühmt-berüchtigte, immer wieder in den letzten Tagen diskutierte Announce-Forum. Ich bin ja dort auch sehr aktiv und lese viel mit, schreibe aber auch, organisiere dort, ähm, ja, auch den Großteil meiner Sammelbestellungen. Ja, und dort wurde dieses Spiel erwähnt. Hatte ich nichts von gehört. Ja, wie das immer so ist, äh, ein, zwei Leute erwähnen, wie toll das doch ist. Zack, keine Chance mehr gehabt, das irgendwie einzukaufen. Also, okay, mein Gott, muss auch nicht jedes Spiel haben. So, und dann war es jetzt vor, ähm, ja, fast einem Monat jetzt, war es dann mal drinnen, ähm, im Marktplatz zu einem fairen Preis. Zwar mit Miniaturen, ähm, die ich jetzt, also, im Spiel halt allgemein eigentlich nicht brauche. Ja, aber ein schönes Artwork, ein Deckbilder, da bin ich ja immer dabei. Ähm, ja, bin gespannt, wie es, wie es sich spielt. Da habe ich eigentlich richtig Bock drauf. Deckbilder locken mich eigentlich immer schneller vor. Mal schauen, ob wir es schon relativ zeitnah hier auf dem Kanal sehen werden. Es ist zumindest jetzt erst mal eingezogen. Ihr wisst, dass ich es habe. Und, ja, vielleicht, äh, wenn ihr euch für Deckbilder interessiert, schaut mal so in die Rezension rein zu dem Spiel. Sagt war auch eine Kickstarter-Kampagne, aber halt eher was Unbekannteres und jetzt auch nicht eins, was hier Millionen eingenommen hat. Aber das muss ja nichts Schlechtes heißen. Also, zwei meiner Lieblingsspiele dieses Jahr, ähm, Phantom the Card Game oder auch Heroes of Tenafire sind, äh, ja auch Titel gewesen, die jetzt nicht, äh, von großen Studios rausgebracht wurden und von zehntausenden Bäckern finanziert wurden. Gut, das sind alles die Spiele, die neu angekommen sind und die ich noch nicht gespielt habe. Jetzt kommen wir zu Titeln, die neu angekommen sind und die ich schon gespielt habe. Das sind nämlich schon einige in diesem Monat. Und dann halt zum Schluss die Titel, ihr kennt das ja, die ich, äh, diesen Monat noch dazu gespielt habe, aber die schon länger in meiner Sammlung sind. So, und wir haben eben schon von Pandemie gesprochen. Ein neues Pandemie ist bei mir angezogen, was schon älter ist, nämlich, äh, Pandemie die Heilung. Das ist, ähm, an sich ein Würfelspiel im Pandemie-Universum, wenn man das so sagen kann. Schon, äh, einige Jahre auf dem Markt, ähm, hat's aber bisher immer irgendwie nie zu mir geschafft gehabt. Jetzt hatte ich ein schönes Angebot auf dem Gebrauchtmarkt, hab mal zugeschlagen. Wir haben's jetzt auch schon zweimal gespielt und ich muss sagen, es ist echt ein cooles Spiel und, ähm, hat Pandemie-Mechaniken in einer gewissen Weise, aber ist dann doch wieder anders. Und auch wenn's eine große Box ist, glaube ich, ist das auch ein sehr schöner Absacker. Also, dass man auch gut in einer Dreiviertelstunde bis Stunde spielen kann, ähm, wenn man's gut kennt, äh, vielleicht sogar, ähm, noch schneller. Hier steht eine halbe Stunde, ja, vielleicht auch möglich. Ähm, hat uns auf jeden Fall schon mal viel Spaß gemacht. Bei Würfelspielen bin ich immer, ähm, mit dabei. Coole, coole Mechanik auch wieder, was sich, äh, der Matt Leacock da wieder ausgedacht hat. Ja, ähm, Pandemie die Heilung. Also von mir erstmal grundsätzlich eine Empfehlung. Ich werde, ich hab's schon ein paar, ein paar Wochen angekündigt, äh, irgendwann wird's wirklich kommen, ein Spiel machen mit, äh, kooperativen Spielen, mit coolen, oder mit meinen Augen interessanten Würfelmechaniken. Also, mehr besser oder anders gesagt, ich glaub, es soll eigentlich eher darum gehen, Kniffel in kooperativen Brettspielen, also diese Kniffelmechanik. Und, ähm, ja, äh, in erweiterter Form. Und vielleicht schafft es dieses Spiel auch da mit dazu. Das werdet ihr dann sehen. Hat mir auf jeden Fall erstmal gut gefallen. So, dann kam ein Kickstarter an, zu dem ihr auch schon ein Video auf dem Kanal findet, nämlich, ähm, The Night Cage. Ja. Und, ähm, ja, also, was ich bei dem Spiel wirklich geil finde, ist, das Thema ist richtig gut rübergebracht worden und ich empfehle euch, besorgt ihr so eine kleine LED-Lichter, gibt's im Baumarkt, ja, stellt die dorthin anstelle der, der Spielmarker. Das gibt nochmal so viel Immersion, Licht aus, man sieht nur das. Reicht doch für das. Also, weil man ja eh nicht mehr sieht, auch als Charakter, da man auch keine Charakterfähigkeiten so hat, was ein bisschen schade ist, ja, wo man ja sonst so sagen würde, ah, Mensch, so asymmetrische Fähigkeiten wären auch noch ganz cool. Nee, es ist einfach verdammt dunkel. Und dann sind da halt diese, ähm, Wax Eater, die, die, die uns immer wieder das Licht auspusten. Ein schönes Legespiel, was, wenn man die Regeln erstmal drauf hat, ähm, also, es ist jetzt nicht so, dass die Regeln allzu kompliziert sind, aber es gibt so den einen oder anderen Sonderfall. Aber wenn man die Regeln erstmal drauf hat, lässt sich das wirklich schnell runterspielen. Und, äh, mir machen vor allem diese erweiterten Modi dann Spaß, wo dann, ähm, vielleicht sollte man nicht unbedingt mit den Bossen recht früh anfangen. Ich hab jetzt mit beiden Bossen schon gespielt. Ah, das macht schon Laune, ne? Also, es macht aus diesem Spiel, also holt es nochmal richtig viel raus. Ja, ähm, ich würde mich freuen, wenn das Spiel irgendwie, äh, in den Retail kommt. Ich weiß es nicht, ob da was kommt, ähm, wenn ihr es irgendwie mal auf dem Sekundärmarkt seht, wenn ihr es nicht gebackt habt, oder vielleicht bietet es auch einen Händler an, schlagt zu. Also lasst euch da auch nicht von der Sprache abschrecken, weil es jetzt in Englisch vorhanden ist. Schaut euch mein Video dazu an. Der Sprachanteil ist mega übersichtlich. Und, äh, es wäre schade, wenn euch dadurch so ein Spiel, was in seiner Form doch, äh, ziemlich einzigartig ist. Und, äh, für mich in die Kategorie gehört, thematisch richtig gut umgesetzt. Ja, The Night Cage. So, und dann bleiben wir gleich bei Kickstarter und wir bleiben gleich bei Spielen, die ihr schon bei mir auf dem Kanal findet. Roll Camera. Äh, auf Roll Camera habe ich mich richtig doll gefreut, weil ich dieses Thema mag. Also neben Brettspielen, äh, war vor allem früher, als die Kinder noch nicht da waren, ähm, waren wir viel im Kino und waren da auch echt immer sehr hinterher, was so für neue Filme, ähm, im Jahr erscheinen und Oscars, Golden Globes und so. Also war meine Frau und ich, äh, wirklich viel im Kino gewesen. Wird sicherlich wieder, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, auch wiederkommen. Jetzt wegen Corona war es ja eh nicht so sehr möglich. Naja, und, äh, also wir sind auch gewissermaßen Cineasten und gucken auch gerne Streamingdienste, was so, was man heutzutage alles so halt macht, anstelle des analogen Fernsehens. Ja, und, ähm, ich habe auch tatsächlich an einigen Filmen oder Fernseh, oder, ja, Fernsehproduktion auch mitgemacht, als, vor allem halt als Statist und, äh, weiß dadurch so ein bisschen, wie das dort abläuft. Und ich finde, dieses Spiel transportiert dieses Thema auch ganz toll, ähm, rüber mit einem, mit einer schönen Prise Humor, nimmt sich selber auch nicht zu ernst. Einer ganz tollen, äh, Box, die super thematisch gemacht ist, ähm, tolles Material. Ja, also wenn ihr euch für Würfelspiele interessiert, aber jetzt hier nicht so extrem jetzt eine Kniffelmechanik oder sowas erwartet, sondern einfach nur wir würfeln und können entsprechend der Symbole verschiedene Aktionen durchsetzen, ähm, oder durchführen, besser gesagt, ähm, in einer Runde. Ja, also ein richtig schönes, ähm, kooperatives Spiel mit auch einem Thema, was ziemlich unverbraucht ist auf dem Markt. Selbst bei den Spielen, äh, im kompetitiven Bereich fallen mir jetzt nicht so wirklich Filme oder Spiele ein, die, ähm, dieses Filmthema auf diese Art und Weise thematisieren. Sehr schön umgesetzt. Wir hatten richtig viel Spaß mit dem Spiel bisher und, ja, freue ich mich dann auf, das mit anderen Gruppen auszuprobieren. Ist Mechanik halt auch sehr einfach, schnell erklärt und holt, glaube ich, vom Thema dann doch einige ab. Also vielleicht auch ein gutes Gateway-Game, aber dafür brauche ich noch ein paar Partien, um das gut einschätzen zu können. Ja, ein anderes Spiel, für das ich auch schon ein Video gedreht habe, was aber noch nicht online ist, nämlich Crossclues. Ähm, Crossclues habe ich auch im Mai angefragt, äh, gehabt bei Asmodee. Jetzt hat es ja ein bisschen gedauert, bis ich halt diese Rezensionsexemplare gekriegt habe, ähm, hat es mir jetzt mittlerweile schon geholt. Dadurch habe ich es jetzt zweimal schon gesagt, ähm, dass, da wird dann eine Kopie an die Schule gehen, ähm, weil das ist auch ein sehr schönes Deduktionsspiel. Ich habe es mir vor allem besorgt, weil ich, äh, ich glaube, bei Chris von Better Bot Games habe ich gesehen gehabt, dass er sehr von geschwärmt hat und auch, wenn ich mich recht erinnere, so gemeint hat, das ersetzt für ihn, äh, Codenames Duet. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ich kann, kann beide eigentlich nebenan existieren lassen. Das Besondere an dem Spiel ist auch, wir haben die Begriffe, was ganz cool ist, wir haben halt, wenn wir so ein 4x4 Raster nur auslegen, haben wir halt insgesamt nur acht Begriffe. Das heißt, die Begriffe sind überschaubarer, ähm, anders als bei einem Codenames, wo wir doch ein, ja, ein größeres Raster mit mehr Begriffen haben und, ähm, also Codenames Duet würde ich sowieso, kooperativ, ja, würde ich auch immer der, ähm, kompetitiven Variante vorziehen. Ganz einfach, ähm, meine Erfahrung mit der kompetitiven Variante ist, da gibt es ja immer nur mal pro Team einen Tippgeber und wenn der Tippgeber, das würde ich gar nicht sagen, dass der irgendwie sich doof anstellt oder was auch immer, aber wenn der gerade bei den Begriffen nichts so wirklich zusammenbekommt, habt ihr dieses Problem in der kooperativen Variante weniger, ich sage das so, der Sweetspot 2, 2 oder 3, 3, ähm, denn da kann jede Seite erst mal anfangen und sagen, ah, wir haben eine gute Idee, dann erst mal anfangen und dann überlegt halt nicht nur einer, sondern halt das ganze Team auf einer Seite. Ähm, hier, das wird euch so ein bisschen abgenommen und das Besondere an dem Spiel ist, es ist mit einer Uhr versehen. Ihr spielt, äh, normalerweise im 4x4 Raster oder im 3x3 Raster, wenn ihr ein ganz schnelles Spiel haben wollt, 5 Minuten auf der Uhr. Ähm, das muss ratzfatz gehen. Ähm, finde ich eine interessante Komponente, die ich noch nicht von so vielen, äh, kooperativen Deduktionsspielen kenne, aber für mich kann das, wie gesagt, echt gut, äh, koexistieren mit Just One und, ähm, Code Name Steward. So, jetzt habe ich den Namen, ähm, wieder zusammenbekommen. Ja, Cross Clues, also werdet ihr auch bald hier ein Video zu sehen. So, dann, äh, das letzte Video, was diese Woche hochgeladen wurde, Terraforming Mars, die Ares Expedition. Ja, an meinem Video, was am Ende doch ziemlich lang geraten ist, was ich mir eigentlich gar nicht so erklären kann. Gut, ich erkläre natürlich die Regeln sehr genau und, äh, ich mache, glaube ich, eine 15-Minuten-Auswertung am Ende über die Stärken und Schwächen, also es ist schon sehr ausführlich geraten, aber durch die Timestamps könnt ihr euch ja da vorklicken. Ich freue mich aber natürlich auch, wenn ihr das ganze Video schaut. Ähm, ich habe mich auf dieses Spiel sehr gefreut, weil Terraforming Mars, äh, ist ja ein sehr beliebtes Spiel, hochgelobt, mit einem tollen Solo-Modus auch. Deshalb stand es hier bestimmt zwei Jahre lang in meinem Regal, hatte es mir gebraucht mal besorgt, ich habe es nie gespielt, ähm, weil doch dann am Ende, ja, Solo ist alles nett. Äh, ich muss jetzt aber sagen, gerade auch seitdem ich den Kanal mache, spiele ich eigentlich, ähm, wenn dann auch lieber kooperative Spiele Solo, um mir halt die Regeln anzueignen und, ja, dann am Video auch zuzumachen zu können. Und, ähm, ja, und als dann angekündigt wurde, dass dieses, ähm, Terraforming Mars, der, der kleine Bruder, so kann man sagen, als Kartenspiel mit einer Zwei-Personen-Koop-Variante kommt, habe ich dann, ähm, das normale Terraforming Mars verkauft und ich kann so viel sagen, das Spiel wird auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Das ist ein Top-Engine-Builder, macht richtig Bock. Wenn ihr mein Video schaut, ähm, berücksichtigt bitte dabei, dass ich jemand bin, der nicht das normale Terraforming Mars kennt. Ich kenne nur diese Variante, dieses Koop-Spiel hier, ähm, wobei man sagen muss, im Koop-Spiel gibt's zwei Regeländerungen, die nicht gravierend sind im Vergleich zum kompetitiven Spiel. Das heißt, ihr könnt mal ein Video gucken, auch wenn ihr es kompetitiv spielen wollt. Äh, wird ja beim Schwerkraft-Verlag, ähm, erscheinen. Ja, und, ähm, mich hat's wirklich überzeugt. Es hat aber auch seine Probleme, auf die gehe ich dann halt auch ein, aber für mich überwiegen die Stärken eindeutig. Ganz großer Pluspunkt hier, ähm, oder zwei große Pluspunkte. In meinen Augen einen der besten, einer der besten Engine-Builder, den ihr haben könnt. Also ihr müsst, um eure Karten, die ihr habt, versucht ihr die immer wieder zu buffen und euch gegenseitig, ähm, also als ein Charakter gegenseitig Vorteile halt zu bringen. Die Interaktion mit dem anderen Spieler ist nicht so groß, das ist ein bisschen schade. Ähm, aber was eigentlich der große Pluspunkt ist, ist hier, wir machen gleichzeitig unsere Züge. Das heißt, ihr habt so gut wie keine Downtime, macht das Spiel richtig gut. Und das gerade für ein Wirtschaftsspiel. Ähm, aber die 60 Minuten, die hier dran stehen, die gelten, glaube ich, eher nicht für das kooperative Spiel. Also unter 90 Minuten wird es da schwierig. Ich fand es aber an den Partien, die ich bisher gespielt habe, nicht zu einer Sekunde lang langweilig oder langatmig oder was auch immer. Aber trotzdem sollte euch das bewusst sein, wenn ihr bei diesem Spiel einsteigen wollt. So. Jetzt kommen wir zu den Titeln, die halt schon länger in meiner Sammlung sind und die ich halt wieder oder vielleicht auch manchmal erstmalig gespielt habe. Und da möchte ich ganz kurz auf den Urlaub eingehen. Im Urlaub lege ich jetzt mal die hin. Zack, zack, zack. Ähm, haben wir vor allem kleinere Spiele gespielt. Äh, Tippi Toppi war wieder auf dem Tisch. Meinen Spiegeleltern hat es wieder sehr gefallen. Ein sehr schönes Spiel. Das Spiel, was wir aber am meisten gespielt haben tatsächlich, war, ähm, was ich gerade nicht da habe, nämlich Safehouse. Das Wirfelspiel. Ja, also die kleine Variante kann ich nach wie vor sehr empfehlen. Hat meinen Spiegeleltern auch sehr gefallen. Hatten wir viel Freude mit. Ja, schon seit längerem habe ich Orchard da, ähm, oder Orchard, weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Im Deutschen heißt es Obsthain. Eigentlich ist es ja eher Obstgarten, aber Obstgarten ist natürlich im Deutschen schon, äh, bedient von dem berühmten Haberspiel. Auch kooperativ. Ja, ein solitäres Kartenspiel. Und das macht richtig Bock. Sehr cool. Macht richtig Spaß. Man hat neun Karten und legt sie übereinander und versucht dann so viel wie möglich, äh, Siegpunkte, äh, dort zu erzielen. Man, also ich finde das immer wieder krass, auch bei so Spielen wie Sprawlopolis, wie, wie es Entwickler schaffen mit so wenig Karten, ja, doch so spannende und motivierende Spiele aufzubauen, habe ich im Urlaub Solo ganz viel gespielt. Ja, äh, ich glaube gerade nicht so verfügbar, aber wird bestimmt nachproduziert. Im Deutschen halt Obsthain. Ähm, ähm, es soll auch einen Nachfolger geben, der soll dieses Jahr bei Kickstarter, glaube ich, noch starten. Beziehungsweise, das war auch ein, ähm, ähm, Print and Play. Und, äh, der Nachfolger ist auch schon ein Print and Play und kann auch schon gespielt werden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier, äh, Sideroom Games, die ja auch Marquis gemacht haben, sich dieses Spiel auch annehmen werden. Und, ja, ein richtig cooler Titel, also für die Solo-Spieler da draußen, echt eine Empfehlung von mir. Ja, und dann noch The Reckoners habe ich hier nochmal liegen, haben wir auch sehr viel gespielt, noch in diesem Monat, ähm, der Heiko, ähm, mit dem ich jetzt immer Tainted Grail aktuell spiele. Ach, sieh, da Tainted Grail habe ich hier gar nicht mit hingelegt, also Tainted Grail wird nach wie vor gespielt. Ähm, The Reckoners, äh, hat er mir hier die deutsche Anleitung recht aufwendig, äh, ausgedruckt. Die ist echt gut bei Board Game Geek. Äh, wir haben es zwar mit der englischen eigentlich auch so groß, so gut wie hinbekommen, die Regeln sind wirklich gut, aber die deutsche Übersetzung ist auch schön geworden, also für alle die, die sagen, äh, ich hab da ein bisschen, äh, Bedenken wegen der englischen Version, besorgt euch die, ähm, deutschen Regeln, deshalb hatte ich hier das nochmal mit hingelegt. Ein sehr schönes Spiel, äh, was, ähm, auch einen tollen Zugang hat und von Materialqualität wirklich über jeden Zweifel erhaben ist. So, dann ein anderes Spiel, was ihr auch schon auf meinem Kanal findet, eines meiner ersten Videos mit gewesen. Heroes of Tenafire. Nach wie vor ein geiler Deckbilder, ähm, der nichts Verrücktes macht, aber das, was er macht, macht er richtig gut. Es gab ein paar Anfragen von euch wegen der Erweiterung. Ich werde sie euch auf jeden Fall noch vorstellen, hab jetzt aber bisher noch keine Zeit gefunden. Allgemein kann man sagen, die Erweiterung bietet mehr von allem, mehr Helden, ja, und dadurch auch mehr Abwechslung, ein paar neue Mechaniken kommen mit rein, machen das Spiel aber nicht verrückt neu. Also, die Erweiterung macht das, was ich mir von einer Erweiterung erhoffe. Und, äh, sehr vieles richtig. Also, Heroes of Tenafire wieder gespielt, ja, vielleicht auch schon mit einem kleinen Verweis, ähm, es wird bald eine Kooperation mit einem anderen Kanal geben, wo wir so ein bisschen über unsere Lieblingsspiele dieses Jahr quatschen werden. Und, äh, ja, das war einer der Gründe, dass Heroes of Tenafire nochmal auf den Tisch kam, um zu checken, ob es auf diese Liste gehört. Ja, und ein anderes Spiel, das wir das erste Mal gespielt haben, ist Marvel Champions. Ja, ich hab schon länger da, hat es dann den Urlaub mitgenommen, also die Regeln hatte ich mitgenommen, hab mir dann die Regeln durchgelesen. Wenn man, so wie ich, ein erfahrener Arkham Horror, das Kartenspielspieler ist, oder wahrscheinlich auch die Herr der Ringe, das Kartenspiel kennt, dann wird man hier keine größeren Probleme haben, einzusteigen. Im, im Grunde ist es entschlackt, kann man sagen, äh, weil wir jetzt keine verschiedenen Orte haben, ne, was ja bei Arkham Horror, diese Exploration von den Orten, ist ja da ein ganz, ähm, ähm, ganz wichtiger Aspekt, ähm, und den Teil haben wir hier halt nicht. Es hat Spaß gemacht, wir haben das normale, ähm, gegen Reno, was so empfohlen wird, ähm, zu viert. Ich fand die Spielzeit zu viert ein bisschen lang, ähm, vielleicht könnt ihr, ich denke, das ist ja wirklich ein bekannter Titel, viele von euch ganz wahrscheinlich schon gespielt haben, vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das vielleicht, äh, doch eher so der Sweet Spot bei zwei Personen ist, kann ich mir irgendwie vorstellen. Also ich fand, es hat sehr lange gedauert. Gut, jetzt hatten wir auch welche dabei, die sich mit so den Spielen noch nicht so gut auskennen und nicht so häufig spielen wie ich, ähm, dass da vielleicht auch von der Zeit wegen den Überlegungen ein bisschen länger gedauert hat. Es gab schon kühle Synergien, die man so aufbauen konnte. Ich habe Captain Marvel, ist das der Name? Ja, Captain Marvel ist der Name, muss ich gerade so doch nochmal nachschauen. Äh, da gibt's ja gleich auch noch diese Mrs. Marvel. Äh, ja, also Captain Marvel gespielt, äh, die hatte ganz coole Möglichkeiten, da sich so mit so Blitzkarten immer wieder zu stärken und coole Angriffe rauszuhauen. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber die Spielzeit fand ich ein bisschen lang. Mal gucken, ob sich das in den nächsten Partien, wenn es nochmal auf den Tisch kommt, ähm, zeigt, dass es vielleicht doch ein bisschen schneller geht, aber, ähm, da bin ich mir sehr sicher, dass das ein richtig gutes Spiel auch für die Schule wird, für meine AG, weil für eine normale Stunde ist es wahrscheinlich dann doch zu langatmig, aber für meine AG, wo man dann doch mal ein bisschen mehr Zeit hat. Ich habe ja gemerkt, mit Marvel United, dass da ein großes Interesse dran war, Marvel, ähm, Spiele zu spielen und, äh, das bietet in meinen Augen, gerade durch diese coole Comic-Grafik auch, die hier eingesetzt wird, noch mehr Anknüpfungspunkte, noch mehr Identifikation und, glaube, wird bei den Schülerinnen und Schülern wirklich gut ankommen. Also, Marvel Champions, eine Partie bisher gespielt, deshalb noch kein großes Urteil, äh, möglich. Schreibt mal gerne rein, äh, was ihr denkt, was die perfekte Spieleranzahl für dieses Spiel ist. Ja, und dann das letzte Spiel, das kann ich euch hier gar nicht zeigen, ich blende es, äh, es euch ein. Ich habe es nämlich mit zwei ehemaligen Kollegen, Grüße gehen raus, wenn ihr das seht, ähm, gespielt, und zwar, äh, das Back to the Future Brettspiel, und, äh, das haben wir beim Tabletop Simulator gespielt, ganz genau. Und, ja, eine schöne Umsetzung, also sehr liebevoll, ähm, überall in diesem Spiel, man spielt den ersten Film nach, merkt man die Anleihen, äh, an den, den Film, und das finde ich total toll, wenn ein Spiel das schafft, ähm, ähm, diese, diese, diesen Film wirklich umzusetzen und nicht nur die Franchise nimmt und irgendwas drumherum macht, was am Ende überhaupt nichts mit dem, mit dem Film oder mit den Büchern oder was auch immer zu tun hat, sondern wir müssen hier versuchen, dass die Eltern von Marty McFly, ähm, sich verlieben auf der einen Seite und auf der anderen Seite müssen wir den DeLorean fertig machen, sodass, wenn der Blitz in das Rathaus einschlägt, dass dann, ähm, ja, das Auto in der richtigen Position steht. Eigentlich gar nichts verrückt ist, aber Bock schwer. Also kein leichtes Spiel. Wir haben verloren und ich habe aber schon gesagt, habe ich richtig Bock, ähm, das, äh, nochmal zu spielen und, ja, müssen wir dann irgendwie mal einen Termin finden, äh, dass wir das beim Tabletop Simulator dann in der Runde nochmal neu spielen und dann hoffentlich besser machen. Ja, das waren die Spiele, die diesen Monat eigentlich im Wesentlichen auf den Tisch gekommen sind. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber vor allem die Neuheiten, das ist ja immer wichtig, was ist neu angekommen. Einige Kickstarter-Sachen, aber ich muss sagen, die drei Kickstarter, äh, The Night Cage, Roll Camera und, äh, Terraforming Mars Ares Expedition haben mich echt überzeugt und haben mal wieder gezeigt, bei Kickstarter gibt's echt geile Sachen. Äh, Terraforming Mars wäre auch so in den Retail gekommen, aber, äh, Roll Camera und, ähm, The Night Cage, das sind Spiele von keinen großen Verlagen, ähm, die, die echt sehr nischig sind irgendwie in, in sich und richtig Spaß gemacht haben. Also da macht's richtig Laune und das bestärkt mich auch immer wieder darin. Ähm, mein Vertrauen in Kickstarter-Projekte zu setzen. Ja, ganz zum Schluss, ähm, nächstes Wochenende bin ich unterwegs, nämlich bin ich in Merseburg, da ich ja in Halberstadt wohne, das ist im Nordharz Merseburg, in der Nähe des Südharzes, sag ich jetzt mal, also in Südsachsen-Anhalt gelegen, da fahre ich gut eine Stunde hin, ähm, bin ich eingeladen worden von Happy Shops zum B-Rocks, äh, Presse-Wochenende, wo es dann die neuesten Spiele der, äh, Spiele-Spiele vorgestellt werden, auch mit Prototypen und so, freue ich mich richtig drauf, einige andere YouTuber werden auch da sein, einfach mal zu quatschen und, äh, ich hab jetzt schon den Plan gekriegt, was für Spiele da sind, viele kooperative Titel, auf die ich richtig Bock habe, ähm, die ich mir dort anschauen werde und mal schauen, wie wir es schaffen, ähm, mein Kumpel Christian, der mich da technisch immer mit unterstützt, der ist auch mit dabei, wir werden dort einiges spielen und vielleicht schaffen wir es auch schon, das eine oder andere Video von dort hochzuladen, äh, ich hab mich jetzt heute, äh, durch, durchgerungen, auch meinen Instagram-Account, äh, anzulegen, ähm, ja, ja, Kobo Corporative Board Games, äh, darunter findet ihr mich, äh, könnt ihr gerne auch da mal vorbeischauen, dort werde ich auf jeden Fall ein paar Bilder von dort schicken, was wir halt schicken dürfen, wird ja wahrscheinlich auch alles so ein bisschen eingeschränkt sein, was schon an Informationen rausgeht, ja, aber da ich viele Sachen von der Spieleschmiede habe und es, ja, auch, hab ich schon mal im Video auch gesagt, cool finde, dass wirklich in Merseburg hier in Sachsen-Anne, da eine der größten, ähm, ja, Online-Spieleläden entstanden ist mit der Spieleoffensive und die Spieleschmiede halt so viele Spiele lokalisiert, ähm, finde ich das auch eine schöne Sache, da mal hinzufahren, sich das anzuschauen, ja, freue ich mich drauf, da werdet ihr auf jeden Fall auch nochmal Informationen von mir bekommen. Ja, das war wieder einiges an Video, ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, bis dahin, ciao!